Noch ein Update von meiner Wanderung. Als ich noch in Vietnam war, da bin ich auch auf einer Wanderung gewesen. Und bei der Wanderung in Vietnam waren sehr viele Blutegel, sehr viele Mücken. Ich hatte noch nicht die Chance, dieses Video zu veröffentlichen, aber ich werde es in Zukunft tun, auch wenn es ein bisschen eklig ist mit all den Blutegeln. Und ich wollte nur sagen, dass diese Wanderung zwar sehr anstrengend ist, aber weitaus entspannter. Keine Blutegel, keine, nicht so viele Mücken. Die Äffin hatte ihr Kind am Bauch. Ja, auch ein paar Affen hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis morgen!